Zidane ist anders. Er hat sich in diesem Klub hervorragend eingefügt. Er kennt ihn perfekt und er identifiziert sich mit den Werten von Real Madrid. Es ist eine schöne und ewige Liebesgeschichte. Und darum bin ich auch nicht über seine bisherigen Ergebnisse überrascht und über die, die noch kommen werden. Ich glaube, es ist unmöglich, es noch besser zu machen. Ich weiß, dass unsere Fans jedes Spiel gewinnen wollen, aber das ist unmöglich. Es ist schwierig, das zu toppen, was Zidane bisher geschafft hat. Wir haben keine Probleme. Zidane weiß, dass er sein ganzes Leben hier bleiben kann. Wenn er möchte, verlängern wir seinen Vertrag. Aber das ist kein Problem, das er oder wir haben. Ich werde nicht sagen, dass der Klassico ein normales Spiel ist, denn es ist ein sehr wichtiges Match mit einer besonderen Bedeutung. Unser Ziel ist es, jedes Wochenende so zu arbeiten, dass wir die Liga gewinnen. Und natürlich fahren wir nach Barcelona mit dem Ziel zu gewinnen.